was geht die spitze mit einem neuen plan video am start mit fordnet hashtag 208 heute um 21 uhr es ist ja auch grad live dienstag vollgeist 13 uhr bis 17 uhr hashtag 19 und dann fifa 21 ultimate team hashtag 06 von 19 22 30 dann fortnight hashtag 209 von 23 uhr bis augment mittwoch fifa 21 karriere union geht weiter von 14 17 uhr final fantasy geht weiter von 18 bis 21 uhr und fortnight hashtag 210 von 22 uhr 30 bis 2 uhr 30 donnerstag fifa 1 20 hashtag 07 von 18 bis 22 30 merken wir die wegen klick endlich qualifiziert sein abfahrt ernan fortnight hashtag 211 und dann am freitag fortnight hashtag 211 12 von 20 bis 0 uhr und dann freitag auf samstag macht wegen klick anfang von 0 bis 4 uhr wegen klick fortsetzung von 19 bis 23 uhr hashtag 09 und fortnight im anschluss von 23 30 bis 4 uhr oder hat mehr augment sonntag von 18 18 bis 21 uhr endspurt der wegen klick und dann 22 uhr bis 1 uhr fortnight also das war die woche von 19 bis 25 bis dann haut rein euer fredgit ciao